Ok, jetzt haben wir gecheckt, Desktop und Handy und Beleg gescannt und die ersten zwei Rechnungen erstellt. Kurzes Fazit, ich persönlich bevorzuge Desktop, Handy ist an sich praktisch, aber ich musste bereits schon wieder einen Speicherplatz hier gucken, wie ich es hinbekomme und plus Belege scannen, klar, aber ich habe hier gleich andere Rechnungsdaten drauf, PDF und so weiter und so fort, also irgendwie ist man hier einfach besser aufgestellt, klar mit so einem kleinen tragbaren Rechner. Cool, Rechnungen sehen schön aus, kann man aus dem Programm heraus per E-Mail verschicken. Offen wäre für mich noch, welche Bausteine wir fix reinlegen, dass wir sie immer wieder auf Abruf haben. Cooles Tool erstmal, um hier ein bisschen mehr Struktur einfach reinzubringen in solche Sachen, die mehrere Personen bearbeiten, mehrere Sprachen, verschiedene Angebote, Moderation, Workshop, Konzert, von mehreren Orten mobil sein, alles System, die sich für uns stellen. Erster Eindruck, gut, App, cooles Tool obendrauf, brauche ich nicht unbedingt, Stand jetzt, kann sich noch ändern, aber eher bevorzugt Desktop-Nutzung.